Hallo, ich bin Kai Schwind und ich bin hier im Hörspielstudio Kreuzberg und habe die große Ehre, das Hörbuch zu die drei Fragezeichen und das Bergmonster einzulesen. Die Tiere sind unsere Freunde, sagte Mr. Smetters. Seine wässrigen blauen Augen blicken starr auf Mr. Jensen. Und Freunde fressen sich nicht gegenseitig auf. Ich hoffe, das gefällt euch, wie ich das gemacht habe. Und in diesem Sinne, passt gut auf eure Bergmonster auf.